Ich habe mich immer als den zentralen Stützpfeiler in meinem Leben betrachtet. Frauen, macht euch keine Sorgen um euer Aussehen. Was euch anders oder außergewöhnlich macht, das ist eure Stärke. Die große Gabe des Menschen ist die Fähigkeit zur Empathie. Niemand soll die Falten auf meiner Stirn wegzaubern, die ich durch die Verwunderung angesichts der Schönheit des Lebens bekommen habe. Oder die Falten um meinen Mund herum, die zeigen, wie viel ich gelacht und geküsst habe. Und auch nicht die Tränensäcke, denen sie erinnern daran, wie viel ich geweint habe. Das sind meine Falten und sie sind schön. Meine Taten zeichnen mich als Mensch aus und nicht meine Worte. Nimm deine Glaubenssätze immer in jedem Bereich deines Lebens mit. Nimm dein Herz mit zur Arbeit und erwarte das Beste von jedem. Was am Ende des Tages zählt, ist, was du fühlst. Nicht, was dir deine Mama sagt, nicht, was dir eine andere Schauspielerin sagt, nicht, was jeder zu dir gesagt hat, sondern diese kleine, aber latente Stimme in deinem Inneren. Man hört seinen Namen und man sieht weißes Licht und ist so aufgeregt, als wäre man wieder ein Kind. Manche Menschen sind voller Mitgefühl und tragen den Wunsch in sich, Gutes zu tun und andere glauben einfach, dass nichts einen Unterschied machen würde. Du musst das Älterwerden annehmen. Das Leben ist wertvoll. Und wenn man viele Menschen verloren hat, merkt man, dass jeder Tag ein Geschenk ist.